Je näher jemand zu dir in der Verwandtschaftsbande steht, umso mehr Rechte hat er über dich. Ich hoffe, dieser Satz vereinfacht euch die gesamte Thematik. Wer steht dir sehr nah? Dein Vater und deine Mutter. Sie haben die höchsten Rechte über dich. Aber auch deine Geschwister, Bruder, Schwester und so weiter. Diese sind nah zu dir. Ja, auch die Kinder von deinen Brüdern und Schwestern. Das heißt, wenn du Onkel bist. Diese stehen dir nah. Es gibt Leute, so ist es verpflichtend, den Kontakt zu ihnen aufrecht zu erhalten, ja, sogar nicht zu brechen. Dieses ist verpflichtend in unserer Religion. Was heißt, den Kontakt aufrecht zu erhalten? Je nach Brauch. Es gibt Bräuche und Bräuche. Aber allgemein heißt das, dass du diese Leute nicht nur anrufst. Oder wenn du sie einmal in zehn Jahren begegnest, ihnen sagst, Salamu alaikum, wie geht es euch? Nein, nein, nein. Hier soll man den Kontakt aufrecht erhalten, indem man, wenn es einem möglich ist, sie besucht. Das muss nicht jeden Tag sein, aber so, dass man von einem ständigen Kontakt sprechen kann, von einer ständigen Pflege der Verwandtschaft. Und wichtig ist auch, dass du verstehst, dass dieser Kontakt nicht für alle Verwandtschaftsmitglieder gilt. Das heißt, diejenigen, die dir am nächsten stehen, und wir haben gesagt, wer sind das? Das sind die, wie dein Vater, deine Mutter, dein Opa, deine Oma und auch deine Geschwister und ihre Kinder. Diese sind sehr, sehr wichtig für dich. Was die Kinder von deinen Onkeln betrifft, diese sind nicht in derselben Rangstufe wie die erste Gruppe. Natürlich ist es beliebt, zu ihnen Kontakt zu halten, zu ihnen, was? Kontakt aufrecht zu erhalten. Aber natürlich, dein Onkel, deine Tante, zu ihnen sollst du auch regelmäßig Kontakt haben, soweit es geht, wie in der Leithalle. Aber was die Kinder von deinen Onkeln und von deinen Tanten anbelangt, so ist es beliebt, sie ständig, die Pflege ständig zu ihnen aufrecht zu erhalten. Man darf nicht auf die Verwandtschaftsbande hören, wenn sie einen befehlen, nicht mit dem oder dem zu reden. Darfst du nicht machen. Leider kommt das sehr häufig vor bei unseren Leuten, dass sie dir sagen, dein Vater oder deine Mutter, ich möchte, dass du nicht mehr mit deinem Onkel sprichst. Ich möchte, dass du nicht mehr mit deiner Tante sprichst. Das ist haram, das dürfen sie dir nicht befehlen. Und du darfst ihnen auch hier gegenüber keine Gehorsamkeit leisten. Warum? Weil Allah das verboten hat. Und das ist ein Bruch der Verwandtschaftsbande. Wenn dein Vater dir aber sagt, jetzt zum Beispiel, du darfst nicht mehr zu deinem Onkel gehen oder nicht mehr mit ihm reden, dann machst du das heimlich. Okay, ich möchte gerne die Verwandtschaftsbande pflegen, aber diese Leute sind selber nicht gut zu mir. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige ist nicht einer, der die Verwandtschaftsbande gut pflegt, wenn man ihn gut behandelt. Sondern vielmehr ist derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, dem sozusagen Leute gegenüberstehen, die einem Probleme machen und trotzdem pflegt er seine Verwandtschaftsbande. Aber alles hat seine Grenzen. Da gibt es Situationen, wo man die Verwandtschaftsbande brechen darf? Natürlich. Stell dir vor, deine Mutter ist eine Zauberin. Und sie kommt zu dir nach Hause, um Zauber gegen dich zu legen. Um dir einen Schaden zuzufügen. Wir machen doch nicht jemanden die Tür auf, damit er unser Haus zerstört. Das machen wir nicht. Dieses wäre zum Beispiel einfach, dass du sie hier nicht in dein Haus herein lässt, aber sie ermahnst. Sie ermahnst, immer wieder an Allah erinnerst. Dass du hier die Verwandtschaftsbande brichst, ist was anderes. Oder eine Person, wenn du ihn anrufst, salamu alaikum mein Onkel, dann sagt er dir, hör zu, ruf mich nie wieder an. Weder will ich deine Stimme hören, noch dein Gesicht sehen. Und mach mich nicht zornig. Ich weiß nicht sonst, was ich mit dir mache. Wenn diese Person solche Wörter redet, wie ich sie gerade gesagt habe, dann natürlich, wenn du dich bei ihm meldest, könnte das zu mehr Konflikten führen. Warum? Weil es würde ihn nur noch mehr provozieren. Hier bist du nicht schuldig, dass du die Verwandtschaftsbande brichst. Vielmehr hat er sie gebrochen. Aber die Person, der dir nochmal nicht mit einem Lächeln entgegnet und dir nicht immer die besten Wörter sagt, aber dir nicht das sagt, hau ab oder geh weg und ich möchte dich nicht mehr sehen und so weiter und so fort. Nein, so ist unsere Aufgabe, diese Verwandtschaftsbande aufrecht zu erhalten.